Im Lieferumfang der sehr schön gestalteten Verpackung der Blaupunkt Vio D30 Überwachungskamera befindet sich die Kamera selbst, eine Kurzanleitung, eine Montageschablone, ein Sechskantschlüssel, eine Antenne für den WLAN-Empfang, Dübel samt Schrauben, eine Schutzvorrichtung für das LAN-Kabel und einen Netzstecker. Die Antenne lässt sich dann einfach auf den Anschluss drehen. Über die drei Schrauben auf der Oberseite der Kamera erhalten Sie Zugang zum MicroSD-Kartensteckplatz, welche eine Class-10-Speicherkarte mit einer Speichergröße von bis zu 21 GB unterstützt. Zudem finden Sie noch einen Reset-Knopf, um die Konfiguration zurückzusetzen, sowie zwei Status-LEDs. Eine SD-Karte ist nicht um die vom Fang enthalten. Zum Einrichten der Kamera benötigen Sie die Cam4Home-App aus dem App Store bzw. dem Play Store für iOS oder Android-Gerät. In der App klicken Sie auf das Kamerasymbol und navigieren zum Gerätemanager und können dann über das Plus-Symbol eine neue Kamera hinzufügen. Zur Konfiguration stehen WLAN oder LAN zur Verfügung. Um die Seriennummer nicht abtippen zu müssen, können Sie ganz einfach den QR-Code auf der Unterseite scannen. Um die Kamera über WLAN zu verbinden, muss diese bereits mit demselben Netzwerk verbunden sein. Im nächsten Schritt wird sich dann mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und die Kamera fängt an sich zu konfigurieren. Hierfür wird ein 2,4 GHz Netzwerk benötigt. Wenn alle Eingaben korrekt waren, fordert sie die App auf, das Standard-Passwort zu ihrem eigenen zu ändern, um Angriffe von Hackern zu verhindern. Falls etwas nicht geklappt hat, versuchen Sie es erneut oder drücken Sie den Reset-Knopf für 10 Sekunden lang und konfigurieren Sie die Kamera erneut. Wenn alle Eingaben korrekt waren, sehen Sie das Live-Bild der Kamera. Die VIO-Dome-Kameras können mit oder ohne den Dome-Mounting-Bracket VIO-DMB1 montiert werden. Für die Bedeckenmontage wird diese Halterung nicht benötigt. Wenn Sie die Kamera an der Wand montieren wollen, empfehlen wir die Montage mit der Montagehalterung für eine schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Kamera so, dass Sie alle das Überwachende gut im Blick haben und sich eine Steckdose in ausreichender Nähe befindet. Überprüfen Sie die Position mit dem Live-Bild der Kamera auf Ihrem mobilen Gerät und markieren Sie die Stelle, an der die Kamera positioniert werden soll. Wenn Sie die Montagehalterung verwenden, müssen Sie zuerst die Schraube, welche die Montageplatte fixiert, lösen. Nehmen Sie jetzt die Montageplatte und zeichnen Sie die vier Punkte der Halterung an die Wand und das große Loch in der Mitte. Bohren Sie jetzt das Loch in der Mitte mit einem 20mm Bohreraufsatz und die vier weiteren Löcher mit einem 6mm Bohreraufsatz. Danach setzen Sie die Dübel ein. Setzen Sie die Montageplatte über die Löcher und schrauben Sie sie mit den vier Schrauben fest. Um die Kamera auf der Montagehalterung zu platzieren, müssen Sie die drei Schrauben mit dem Sechskantschlüssel, welcher im Lieferumfang enthalten war, lösen und die Kuppel anheben. Legen Sie nun die Kabel durch die Halterung und schrauben Sie mit Hilfe der drei M4-Schrauben die Kamera auf die Montagehalterung. Führen Sie jetzt die Kabel durch das große Loch in der Mitte, welches Sie zuvor gebohrt haben, und fixieren Sie die Montagehalterung auf der Montageplatte. Schrauben Sie zum Schluss noch die kleine Schraube auf der Unterseite der Montagehalterung zu, damit alles fest sitzt. Bevor Sie die Kuppel wieder montieren, ist es wichtig, die Kamera richtig zu positionieren. Rotieren Sie dazu die Kamerahalterung und überprüfen Sie mit Hilfe des Live-Bilds der Kamera auf Ihrem Smartphone die gewünschte Position. Die Kamerahalterung kann manuell um 355 Grad von links nach rechts und um 64 Grad hoch und runter bewegt werden. Um zu verhindern, dass die LEDs auf dem LED-Ring von dem Gehäuse verdeckt werden, ist es wichtig, den LED-Ring um 355 Grad zu rotieren. Letztlich müssen Sie nur noch mit den drei verbleibenden Schrauben die Kuppel wieder montieren. App-Funktionen In der App finden Sie in dem Menü einen Punkt namens Hilfe, wo Sie unter anderem auch ein FAQ finden. Live-Bild Unter Überwachung sehen Sie dann das Live-Bild Ihrer Kamera. Hier lassen Sie sich dann Schnappschüsse und Videos aufnehmen, welche dann auf Ihrem Handy gespeichert werden. Zudem können Sie direkt die Bildauflösung beliebig ändern. Je nachdem wie Ihre Kamera montiert wurde, können Sie auch das Live-Bild drehen oder spiegeln. Falls Sie mehrere Kameras haben, lässt sich auch die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Live-Bilder ändern. Wenn Sie das Handy nun drehen, kommen Sie in den Vollbildmodus. Manuell aufgenommene Aufnahmen Unter Aufzeichnungen auf dem Mobilgerät können Sie Ihre manuell aufgenommenen Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert wurden, ansehen. Kameraeinstellungen ändern Unter Gerätemanager finden Sie Ihre konfigurierte Kamera und können hier spezifische Einstellungen ändern, sowie eine Übersicht des freien Speichers auf der SD-Karte einsehen. Zudem können Sie auch noch Ihre SD-Karte formatieren. Der Speichermanager lassen sich Einzelheiten zur Aufnahme festlegen, zum Beispiel wann und wie lange aufgenommen werden soll. Bewegungserkennung aktivieren Um die Bewegungserkennung zu aktivieren, klicken Sie auf das zweite Symbol. Danach aktivieren Sie die Bewegungserkennung. Unter Erweitert finden Sie Einstellmöglichkeiten für den Zeitraum, wann die Bewegungserkennung aktiv sein soll, die Verweildauer, die Sensitivität der Kamera auf Bewegungen, die Region des Bildes, in der die Bewegungserkennung stattfinden soll. Um die Region festzulegen, können Sie einfach mit den Buttons den Bereich im Live-Bild einzeichnen. Zudem lässt sich eine automatische Video- oder Fotoaufnahme bei einer Bewegung einstellen. Zum Schluss speichern Sie wieder mit dem Speichersymbol. Um eine Benachrichtigung bei einer Bewegung auf das Handy zu bekommen, lässt sich unter Alarmmanager und Push-Konfiguration die gewünschte Kamera auswählen und aktivieren. Hier können Sie dann unter Bewegungserkennung den IPC-Kanal auswählen und bekommen ab jetzt immer eine Benachrichtigung, sobald die Bewegungserkennung der Kamera aktiv wird. Zudem können Sie auswählen, ob Sie das aufgenommene Video, ein Schnappschuss oder das Live-Bilder-Kamera angezeigt bekommen wollen. Im Alarmmanager unter Ereignisliste lassen sich dann alle Ereignisse anzeigen und auch hier speichern Sie wieder mit dem Speichersymbol. Automatisch oder geplante Videoaufnahmen ansehen. Unter Aufnahmen abspielen sehen Sie dann alle Aufnahmen, welche auf der SD-Karte gespeichert sind und zum Beispiel durch die Bewegungserkennung aufgenommen wurden und können diese abspielen. Standardmäßig werden alle Alarme durch Bewegungserkennung oder den Zeitplan auf der SD-Karte gespeichert. Alternativ können Sie diese Aufnahmen auch auf einen NAS- oder FTP-Server speichern lassen. WLAN-Signal verstärken. Falls die WLAN-Stärke zum Beispiel bei Betonwänden mit Stahllaminierung nicht ausreicht, kann zum Beispiel auf einen WLAN-Repeater oder die Powerline-Technologie zurückgegriffen werden, wo das Internet über die Stromleitung an einen neuen Access-Point weitergeleitet wird. So können wir überall einen solchen Access-Point installieren und die Kamera problemlos über LAN oder WLAN betreiben.